Hallo und herzlich Willkommen zurück bei 7 Days to Die mit dem Pizzi. Grüß Sie. Wie geht's dir? Äh, etwas unentspannt. Das ist ja... Pizzi kann sich halt nicht richtig entspannen. Aber du sagst es wirklich, Fett gibt's nicht sehr viel für die Zombies. Ja, ist aber eigentlich auch okay. Äppelzitre hab ich. Fünf, sechs. Na gut, dann suche ich halt mal was zu messen. Jo. Wie lange, wie oft hab ich das jetzt schon gesagt? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Lass die Zombies jetzt. Lass die Zombies sein. Das Problem ist, die laufen immer endlos nach. Oh, das ist auch nicht da oben. Saloon. Bar. Was ist das? Best and guess. Also das. Tankstelle. Ah, die hab ich vergessen zum Mausfüller, aber es macht nichts. Oh, Schutger-Massaius. Was ich dieses Mal auch noch nicht gefunden hab, sind diese Clay-Dinger, die ich brauch zum Kochen dann. Ähm, stimmt. Hab ich noch keinen einzigen gesehen? Glaub ich hab einen gelootet. Bin mir aber nicht sicher jetzt. Okay. Sehr gut. Wieder zwei weniger. So, ein Messer. Genau. Das war ja, genau, da war ich. Ja, stimmt. Da hab ich ja ein, 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 ein Messer gefunden. Okay. A hunting knife. New Level 1. Okay, da gibt's jetzt mehr, ein deutlich mehr Fett draus. Mit dem Hunting knife. Mhm. So. Was machst du schönes? Äh, ich hab gerade wieder mal mein, mein Inventar leer gemacht. Okay. Das ist so wunderbar einfach in dieser Mod. Nein, das war keine Übertreibung. Also, wenn ich... Ich... Ich bin wahrscheinlich ein tausmal von dem Essenszeug vorbeigelaufen. Mcdowell! Darf man das sagen? Ja klar. Es steht da oben Mcdowell, aber es schaut aus wie in das Mcdowell. Dann hoffe ich, dass die aufpassen, was Markenrechte angeht. Aber es schaut wirklich sehr ähnlich. So, daneben. Abgekehrt ein bisschen Holz. Ich mag da jetzt nicht reingehen. Wo? In den Mcdowell. Okay. Naja, weil schon wieder lauter Zombies vor der Tür stehen. Achso. Dann lass sie rein. Die haben sicher auch noch Hunger. So, den hat sie zerrissen. Ja, die fette Dame. Oops. so ich bin schon level drei übrigens geh mitgekriegt ich habe am anfang der folge level zweck macht ja jetzt kommt der krabbel auch noch ja was macht man gegen die beiden mark musst lesen aber ich glaube ich glaube gegen die beiden kannst du auch nichts machen mit mitte meine ruhe haben da wo wie groß ist dein primitiv crafting jetzt noch normal warum also nicht kein level drauf gehen nein nachdem ich hier drauf kommen bin ich brauche bowcrafting also bogen läuft extra ja die krabbeln da die gehen wir näher das sind aber viele die krabbeln ja stimmt eine pistole ich habe eine pistole super super eine level 5 pistole haha ok cool so hat aber genutzt ok war nicht so schlecht jetzt ja ja warum habe ich jetzt zwei von diesen korn machen so jetzt wach McDowell. Ach ja. Aber so ist es trotzdem irgendwie einfacher, oder? Was auch einfacher? Das Looten. Was ist daran einfacher? Naja, weil wir jetzt ohne Probleme wieder Solo-Looten sind. Ach so. Stimmt. Ich meine, gut, ja, ich habe jetzt auch eine Kampfklasse, aber... Ich empfinde das nicht wirklich als schwieriger. Bist du drinnen, oder was? Ich war gerade in einem Haus drinnen. Jetzt lud ich gerade wieder außen. Naja, das ist noch der Anfang. Da gibt es sogar einen Lkw mit der Aufschrift. Hm. Naja, wenn dir was auf sich hält, ist das doch logisch. Oh oh. Oh verdammt. Was denn? Ähm, ich brauche dringend trinken. Ähm, notfalls hochgehen. Oben ist genug. Ja. Und wenn es noch nicht durchgekocht ist, dann ist es im Advanced Campfeuer. Ich wollte es noch nicht laufen lassen, während ich nicht da bin. Ja. Getränke haben wir genug. Ach ja. Aber ich kann Getränke vielleicht einstecken und ich habe es nicht gesehen. Kann natürlich auch sein. Nein. Du weißt ja, glaube ich, noch nicht wieder oben, seit ich Wasser holen war. Ja. Und ich war jetzt schon zwei oder dreimal Wasser holen, weil ich immer mehr gefunden habe. Von den Dosen, oder was? Äh, Dosenflaschen. Mit dem Advanced Campfeuer kann ich ja Flaschen auch schon abkochen. Ah, sehr gut. Also die normalen, nicht die Plastik. Ach so, okay. Ja, aber die sind ja auch schon besser als die... Okay. Anderen. Aber gegen den Hunger habe ich noch nicht viel. Oh, ich habe einen gefunden. Ein was? Ein Essens... Es ist lokal. Okay. Kriegst du es ausgeklärt? Nein, ich... Ich brauche jetzt einmal was zum Essen. Ah, zum Trinken. Weil sonst... Mhm. Naja, zum Trinken findest du daheim genug. Ja, wie komme ich denn da jetzt wieder rauf? Wo sind wir denn da... Auf der anderen Seite? Vermutlich. Wenn du Frames hast, bau dich doch einfach hoch. Ja, 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 ja. Ich habe nur die Befürchtung, dass die jetzt wieder das spawnen, wenn ich da reingehe. Ich war jetzt schon zweimal im Haus, Pizzi. Okay. Beide Male war nichts los. Okay. Wenn die jetzt vor dir spawnen, dann wissen wir wenigstens, wer Schuld hat. Wo hast du denn das Eisgekühlte her? Ja. Auch so ein cooler... Vegetable Trink. Ja, ich habe einiges gefunden. Wie gesagt, und im Lagerfeuer ist noch nicht fertiggekochtes Wasser, das brauchst du nur oft rein. Sehr gut. Holz und alles ist drin. Ach, ja. Ich habe einen Pilz auch gefunden übrigens. Sehr gut. Dass du damit was anfangen kannst. Ja, noch nicht, aber hoffentlich bald. Und Fett habe ich auch gefunden. Cool. Das kannst du mal aufnehmen, dann... Ja. Ich habe Minibike-Teile, habe ich jetzt in diese kleinen Müllhaufen vor den Essenskisten dann. Okay. Weil ich glaube, wir haben ein halbes Minibike. Oder drei Viertel. Ich meine, nur wenn man die richtige Bauter findet. Ich meine, die... Bücher finden. Ja, eben. Hm. Mhm. Der ist hinüber. Und die ist hinüber. Da. Der ist hinüber. Der ist hinüber. Der ist hinüber. Der ist hinüber. So. Und weißt du schon was, wie lange brennt? Ja, was brennt? Naja, ob irgendwas jetzt besser fähre brennt als anderes? Nein, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. So, ich brauche ein paar Pfeiler und zwar mit Warnskämpfer ist aber nichts. Wie gesagt, ich habe sie abgedreht. Es sollte zumindest jetzt noch einiges im Wasser durchkommen. Wir werden nicht verdursten, wir werden nur verhungern. Naja, ich meine, ich weiß ja wo jetzt was gibt, aber ich war noch nicht dort halt. Ach, das Tiersystem, das gefällt mir überhaupt nicht. Ach echt? Ja, wir müssen schauen, dass wir bald Kisten machen können. Das ist ja schrecklich. Oh ja. Das kannst du laut sagen. Aber bitte nicht zu laut. Okay. Oh, da ist... Oh, da ist... Wieso hast du das? Was? Das ist wahnsinnig. Ja. Das ist nichts. Passt. Weil ich teilweise nicht gefunden habe, wo es hingehört. Ja. Ich habe es gemerkt. Ach. Woodframes brauchen ja auch Nails. Ja. Oh Mann. Hochren. Und die Skrippen. Ähm. was denn ich versuche gerade irgendwie zu sortieren ja genau das ist genau mein problem jetzt macht es einfach immer doch ach so möchtest du jetzt haben kannst ja mal aufheben gesagt ich will diese mal herstellen was ist nix nix nur vom zombie überrascht war gerade dabei mein mittagessen auszunehmen also nicht bei etwas unwirsch unterbrochen hat ja ja ich weiß schon was du meinst nicht gern sie kriegt davon nix ab die schweine fressig ganz alleine haben wir irgendwo geld ja ich hab's gerade gefunden jede menge sogar so eine ford was braucht man für eine ford erst mal braucht man dein weg für bellows ja dann dafür brauchen wir zwei zehn stück ich schaue das jetzt da rein und mache mir auf die suche repair kits habe ich da ich sortiere es dann in der nacht ein ist doch wurscht ich mach was vernünftiges das sieht bald aus was ist bald aus wir fangen doch gerade erst an ist das eine mine so eine radkappe neben ein auto möglich muss aber nicht sein wo ist unser haus da ist unser haus das liegt neben ein auto du kannst ja vorsichtig mal einen stein drauffeuern ich gehe mal jetzt was zum essen holen das ist wichtiger weil es sehr in der nähe ist von uns eigentlich warst du da jetzt drinnen eigentlich wo den türkisen nein da war ich noch nicht nein so was habe ich denn ich habe dreimal a row white meat ok wo ist denn das hier durch ein schwein ich habe ein schwein zerlegt oh zwei eingefunden und da watschelt schon wieder jemand da heran so lol ein so ein fleisch bringt drei prozent essens ja aber du könntest das mit salz aufwerten einmal probieren ja mit dem nächsten müssen wir heute herumprobieren ja erstmal verschöner ich jetzt unsere hütte ok 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 ah haitam übrigens äh chauffeur für standing rack ok schoss so wie o w o a o o o Ach so. Dann freu dich doch, dass du Fans hast. Nein. Nicht solche Fans. Okay. So, abzwickte Golem da. Abzwickte Golem? Da, dieser Anzug-Haini. Ach so. Hm. Bier? Ich hoffe, sie sind nicht wieder gespawnt. Es geht dann nämlich ziemlich schnell. Wir hätten zwanzig. Kisten sind schon wieder zu klein für das. Super. Was? Es ist wirklich gefunden. Okay. Ach, den müsste ich im Ammonitation, äh, Table bauen. Okay. Wofür? Ähm. Für, äh, für ein Crossbow die, äh, Pfeile. Okay. Aber, ähm, mit Eisen halt. Oh, ich hasse dieses Sortiersystem. Hab ich das schon mal gesagt heute? Ja. Gut. Dann, was hast du gesagt? Das ist dieses Sortiersystem, hast du? Ja, das hast du schon gesagt. Was soll ich machen? Weiß ich nicht. Ich habe keine Überraschungen. Dann können wir nicht in Ruhe loopen. So. Ich würde sagen, wir machen hier auch einen kleinen Cut. Okay. Und sehen uns in der nächsten Folge. Wieder. Oder? Ja. Also, wenn PC will, wenn PC nicht will, dann nicht. Oh, ja. Okay. Tschüss. Auf Wiederschauen.